Hallo und herzlich willkommen in meinem Garten. Heute geht es ans große Tomatenpflanzen bei mir. Endlich ist das Wetter mal schön und die Pflanzen können raus. Ich denke viele von euch haben genauso wie ich mit sich gerungen, wann können wir die Pflanzen endlich raussetzen. Mit Mai sind ja bekanntlicherweise die Eisheiligen vorbei, aber hier bei uns, es war wirklich kalt und es war ja in ganz Deutschland kalt, obwohl ja eigentlich hier bei uns im Rheinland noch so ein gemäßigteres Klima ist. Aber ich hatte ehrlich gesagt Angst und wollte lieber warten. Jetzt ist es heute sonnig, es wird jetzt herrliches Wetter und jetzt müssen die Tomaten raus. Endlich. Ich versinke hier momentan wirklich im absoluten Tomatenchaos, wie man das hier sehen kann. Ich habe jetzt erstmal alle Tomaten mir hier wie gesagt rübergeräumt in meine Ecke. Auch hier, die stehen auch schon in den Startlöchern. Diejenigen von euch, die meinen Garten schon ein bisschen kennen aus meinen Videos, die wissen, ich habe hier ein Mini-Tomaten-Dach. Das hat circa einen Quadratmeter mit Kübeln drunter und da kommen bei mir in jedem Jahr die Tomaten hin, die zumindest ein bisschen vor Regen geschützt sein müssen, weil ich leider nur die Möglichkeit habe, meine Tomaten im Freiland anzubauen. Das hier oben ist mein Mini-Dach. Da seht ihr mal, wie klein das ist. Da habe ich mir jetzt auch schon die Schnüre dran befestigt, damit ich die Pflanzen dann hochbinden kann. Und hier unten habe ich die zwei Kübel. Hier in den Kübeln habe ich die Erde aufbereitet, also verbessert. Ich habe da organischen Dünger zugefügt, Langzeitdünger, habe den untergemengt und habe dann noch eine neue Bio-Tomaten-Erde dazu gegeben, um dass meine Pflänzchen auch einen guten Start haben. Ich muss gerade feststellen, ich sehe sehr wild aus, aber so ist es halt manchmal, wenn man im Garten buddelt. Meine Hände sind auch schon nicht mehr so ganz die saubersten, aber das macht ja nichts. Jetzt habe ich mich hier entschieden, da stelle ich, wie ich vorhin schon sagte, immer die Sortentomaten hin, die größere Früchte tragen, weil die ja auch eine längere Reifezeit haben und eigentlich nicht unbedingt freilandtauglich sind. Und da sage ich euch jetzt mal, welche Sorten hier in diesem Jahr unter meinem Dach wieder ihr Plätzchen finden. Die Stäbe habe ich jetzt schon mal alle da rausgenommen aus den Töpfchen, aber wie ihr seht, die fangen jetzt auch wirklich an und sind schon ein bisschen trocken. Ich habe jetzt heute Mittag auch nicht gewässert, aber deshalb ab in die Erde und als erste Sorte habe ich hier die Bleckren. Da sollen zwei Pflanzen einziehen. Aber jetzt sortiere ich die hier mal ein und dann zeige ich euch das gleich. Erstmal hier meine Schnüre sortieren. Ist es denn wahr? So, mache ich jetzt erstmal hier hin. Dann natürlich die Ananastomate. Die, seit ich sie kenne, findet die jedes Jahr in meinem Garten ihren Platz und auch da möchte ich mir gerne zwei Pflanzen hier unter mein Dach setzen. Hier, das ist jetzt meine Ananastomate. Erstmal Stäbchen weg. Brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Die ist natürlich schon mega groß geworden. Das heißt, die werde ich jetzt auch wirklich im ganzen Teil tiefer einpflanzen, wie man das ja auch bei Tomaten so macht. Als erstes knipse ich jetzt mal hier unten die Blättchen weg, die untersten. Die brauchen wir nämlich nicht. Und das nehme ich auch noch weg. Und jetzt mal aus dem Töpfchen mal schauen, wie die durchwurzelt ist. Also ich finde, das sieht doch sehr gut und vielversprechend aus. Jetzt mache ich hier mein schön tiefes Loch. Man sieht hier, der Boden ist so locker. Der rutscht mir da schon immer wieder rein. Aber ich denke mal, kriege ich schon hin. Auf das Tomaten aufpassen hier. Da sieht man mal, wie groß die schon ist. Deshalb da muss ich jetzt natürlich ganz besonders vorsichtig sein. Mein Loch ist richtig schön tief. So, der kann weg. Und das Blatt hier knipse ich auch noch ab. So, das kann da ruhig mit rein. Jetzt lege ich mir hier mal zuerst die Becherchen dazu, damit ich weiß, was ich wo habe, wenn ich mir dann nachher die Schildchen stecken möchte. Und hier hinten soll jetzt die Ananastomate die zweite ihr Plätzchen finden. Dann machen wir das mal so. Halte ich mir da mal das Loch so ein bisschen offen. So geht halt nämlich wunderbar, dass man schön tief mit der Pflanze in die Erde kommt. Nummer zwei. Die lege ich jetzt sogar ein bisschen hier in diesen Töpfen, weil ich ja vier Pflanzen da reinsetze. Ich weiß, eigentlich ist das sehr viel und sehr eng. Aber die letzten Jahre hat das immer gut funktioniert. Ich habe dann versucht, mit dem Ausgeizen dran zu bleiben. Natürlich, irgendwann ist das hier mega eng. Das weiß ich auch. Aber da es bis jetzt immer gut funktioniert hat, mache ich das auch in diesem Jahr wieder so. Und dann setze ich die immer so etwas versetzt, um zumindest ein paar Zentimeter Platz zu gewinnen. Daneben soll dann jetzt als nächstes die Black Creme. Auch eine meiner Lieblingssorten. Also die Ananas und die Black Creme sind für mich Top Tomaten. Die German Gold habe ich in diesem Jahr das erste Mal. Da bin ich mega gespannt drauf. Mal schauen, wie die wird. Aber ihr braucht ja jetzt nicht hier zugucken, jedes einzelne Tomatchen, was ich hier einpflanze. Ich denke, das wird euch auch ein bisschen langweilig. Deshalb mache ich jetzt hier mal Flotti Flotti und sage bis gleich. Jetzt hole ich mir aber doch noch eben schnell die Schälchen und mache die da dran. Ich habe jetzt noch ein bisschen Bedenken nicht, dass die Töpfchen durch den Wind wegfliegen. Dann weiß ich nachher gar nicht mehr, was wo steht. Aber natürlich bei der Ernte. Dann sieht man ja, was man erntet. Will man zumindest hoffen. Schildchen habe ich. Die verwende ich übrigens immer wieder. Die putze ich dann ab und dann kann man die ja wieder neu beschriften. Die stecke ich jetzt flot da dran und dann wird erst mal angegossen. Ach, ich freue mich. Ich freue mich wirklich, dass es jetzt endlich losgeht. Mein Gott, was haben wir da jetzt alle lange drauf gewartet. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eure Tomaten jetzt auch schon in der Erde habt und wann ihr euch getraut habt. Ich bin mal gespannt. Töpfchen weg für nächstes Jahr. Und jetzt Wassermarsch. Ich komm mal, was das funktioniert. Ich freue mich, dass es richtig funktioniert. Die Töpfchen hat und die sich zu ändern. Ich freue mich, dass es geht. Und jetzt kommt der Diceberland. Ich habe mich, die Töpfchen, habe ich gern in die Nasein Deutsch. Das stimmt machen. Für dieses Jahr habe ich mir was anderes wieder für meine Tomaten überlegt. Und zwar, wer meine Videos kennt, der weiß, ich hatte ja im letzten Jahr mir hier mit meinen großen Kübeln wie so eine Treppe gebaut, sag ich mal, wo ich dann den Kohl stehen hatte. Aber ganz ehrlich, ich habe mit Kohl keinen guten Erfolg. Ich habe da immer die Probleme, ich hatte dann die Netze drüber, habe ich alles versucht, dann sind mir aber die Netze abgeflogen, ist natürlich auch bedingt, weil hier alles sehr eng ist. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, dass ich wirklich auf die großen Kohlsorten in diesem Jahr verzichten möchte und habe mir jetzt hier nochmal einen Kübel fertig gemacht, wo ich auch noch Tomaten einpflanzen kann. Die sind dann zumindest an der Hauswand. Ich habe jetzt zwar hier noch keine Idee, wie ich die nach oben festbinden kann, zumindest nicht die hinteren. Aber ansonsten kommen die an Stäbe und dann werde ich mal sehen, ob das klappt und wie das funktioniert. Denn mit Stäben im Kübel sind ja auch manchmal nicht so leicht, weil da ist unten am Bodenende. Das ist was anderes, als wenn man den Stab, also diesen Tomatenstab in die freie Erde stecken kann. Da kann man wirklich so tief, wie man möchte. Aber bei dem Kübel ist natürlich dann unten am Boden Schluss und dann haben die Stäbe manchmal nicht den richtigen Halt. Aber ich werde probieren. Mal gucken, wie es funktioniert. Hier in dem Kübel habe ich jetzt eine Black Creme, eine German Gold, eine Cerny Prince und hier vorne eine Pascal de Picardie. Dazwischen habe ich jetzt ein bisschen Basilikum schon mal untergepflanzt. Ich hatte mir einen großen Topf gekauft und den habe ich zerlegt, weil die sind ja immer sehr, sehr dicht gesät und so kann ich den Basilikum noch an mehreren Stellen hier im Hochbeet mit unterbringen zwischen den Tomaten. Denn dafür ist das eine super Beipflanzung. Genau wie auch in den letzten Jahren werde ich natürlich hier im Hochbeet entlang meinem Ranggitter auch wieder meine Tomaten setzen und dann werden die oben angebunden mit den Schnüren. Genauso wie ich das auch hier unter meinem Dach gemacht habe. Zwischen die Tomaten habe ich jetzt teils noch Basilikum zwischengepflanzt. Das verträgt sich ja sehr gut, so wie ich das auch in meinem Pflanzkasten gemacht habe. Jetzt brauchen sie nur noch wachsen. Die Tomaten haben jetzt auch ihr Plätzchen gefunden. Jetzt gliese ich natürlich gleich noch an und dann mache ich Schluss für heute und morgen ziehe ich mir dann die Schnüre, dass sie alle schön hochwachsen können und hoffentlich auch gut gedeihen. Jetzt hoffen wir nur noch auf Sonne. Einen schönen Sommer, natürlich auch nicht zu trocken. Wir wollen ja immer von allem was haben. Wir wollen Sonne, wir wollen Regen. Ich sage euch Dankeschön fürs Zuschauen. Lieben Gruß Sie aus meinem Garten. Bis bald. Tschüss. Musik 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 Musik